Lange hat sich Canon mit dem Einstieg in das Segment spiegelloser Systemkameras Zeit gelassen. Mit der EOS M hat der Hersteller nun endlich ein erstes Modell vorgestellt, das trotz seiner kompakten Abmessung so einiges zu bieten hat. Das Gehäuse an sich ist sehr hochwertig verarbeitet und fällt ungefähr von der Größe her aus wie eine Kompaktkamera. Einen richtigen Handgriff wie bei DSLRs gibt es zwar nicht, trotzdem lässt sich die Kamera ganz gut in einer Hand halten. Wenn man sich das Bedienkonzept der EOS M genauer anschaut, wird schnell klar, dass Canon vor allem Einsteiger und Hobbyfotografen im Blick hat, die sich nicht lange mit manuellen Einstellungen aufhalten wollen, sondern einfach schnell gute Bilder machen möchten. Zu diesem Zweck hat Canon nämlich die Bedienelemente auf das Nötigste reduziert. Es gibt nur ein Rad hier hinten, drei, vier Knöpfe, das ist schon alles. Oben auf dem Rad, auf dem Modusrad gibt es auch nur drei Modi und zwar eine Vollautomatik mit Motiverkennung, einen Fotomodus, der auch mal manuelle Einstellungen erlaubt, wer es denn machen möchte und einen Videomodus für Full-HD-Aufnahmen. Was die Ausstattung betrifft, kann die EOS M mit einigen Highlights glänzen. Da wäre zum Beispiel das 3,0 Zoll große Display mit über einer Million Subpixeln, das wir bereits aus der Canon DSLR EOS 650D kennen. Das Display ist nicht nur hell und bietet einen Betrachtungswinkel von sehr guten 170 Grad, es ist sogar Touchscreen-fähig. Das bedeutet, dass der Fotograf viele Einstellungen direkt mit dem Finger auf dem Display vornehmen kann. Das macht zum Beispiel Spaß, wenn ich jetzt im Fotomodus bin und vielleicht doch mal manuelle Einstellungen vornehmen möchte, dann kann ich ganz einfach oben links auf dem Display auf den Modus klicken, zum Beispiel Blenden vorbei wählen und einfach die Blende auch mit dem Finger direkt auf dem Display einstellen. Besonders viel Spaß macht das Touchscreen-Display auch in der Bildwiedergabe. Wenn man hier nämlich ein Bild mal vergrößern möchte, dann kann man das ähnlich wie bei Smartphones mit zwei Fingern machen, sprich das Display ist multitouchfähig, das heißt ich kann hier mit zwei Fingern sowohl in das Bild hineinzoomen, als auch wieder hinauszoomen. Ein weiteres Highlight ist der große APS-C CMOS Sensor mit 18 Megapixeln. Den kennen wir ebenfalls schon aus der Canon Spiegelreflex-Kamera EOS 650D. Entsprechend gut fällt dann auch die Bildqualität aus. Die Schärfeleistung ist wirklich gut und das Bildrauschen bleibt bis einschließlich ISO 1600 sehr gering. Serienbildfrequenzen schafft die EOS M mit jeweils vier JPEG- oder RAW-Bildern in der Sekunde. Beim Autofokus stellt sich allerdings heraus, dass Canon beim Kontraste Autofokus, der ja typisch ist für spiegellose Systemkameras, dass da noch Nachholbedarf besteht. Die EOS M braucht nämlich knapp eine Sekunde, um scharf zu stellen und das sowohl bei Lowlight als auch bei Tageslicht. Das ist für Schnappschüsse dann doch etwas zu lang. Wenn man bedenkt, wie viele Top-Features die EOS M eigentlich von der großen Spiegelreflex-Kamera EOS 650D geerbt hat, ist es umso bemerkenswerter, wie kompakt sie eigentlich im direkten Vergleich ausfällt. Der Spiegelkasten fällt weg und das Bajonett fällt vom Durchmesser insgesamt etwas kleiner aus. Das hat den Vorteil, dass die neuen EF-M Objektive auch sehr kompakt ausfallen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine 22 mm Festblendweite aufgesteckt und als Alternative gibt es derzeit ein sehr kompaktes Standardzoom mit 18 bis 55 mm. Wer natürlich noch EF-Objektive der Canon DSLRs zu Hause hat, der kann die natürlich auch an der EOS M anschließen. Dafür bietet Canon einen speziellen Adapter an. Der wird einfach dazwischen gesteckt und dann lassen sich auch die großen Objektive anbringen. Einen internen Blitz sucht man in der EOS M zwar vergebens, dafür packt Canon aber einen kleinen externen Aufsteckblitz mit in den Lieferumfang. Der Clou daran, er lässt sich als kabelloser Masterblitz auch zur Steuerung externer Canon-Systemblitze nutzen. Wem der kleine Aufsteckblitz zu schwach sein sollte, der kann hier oben über den Zubehörschuh natürlich auch die stärkeren externen Systemblitze anbringen. Wie eingangs erwähnt, kann die EOS M dank Videomodus auch für Filmaufnahmen verwendet werden. Gefilmt wird dabei in Full-HD-Qualität mit 25 Vollbildern pro Sekunde. Der Pegel für die Tonaufnahmen kann entweder automatisch oder über das Menü auch manuell geregelt werden. Wem das interne Mikro nicht ausreichen sollte, der kann über einen seitlichen Klinkenanschluss auch externe Stereo-Mikrofone anbringen. Alles in allem hat die EOS M im kompakten Gehäuse sehr viele tolle Features zu bieten, fällt aber für einen Einstiegspreis von rund 800 Euro zu teuer aus. Davon abgesehen ist die erste spiegellose Kamera von Canon bestens aufgestellt und macht dank gutem Bedienkonzept sehr viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017